Oh mein Gott, Joris merkt gerade wie ekelhaft Beastmaster ist. Wetten, wetten Joris gleich in Discord. Nerf Beastmaster. Zehne, dass es so sein wird. Quik hat gerade meine Hunde, was soll das? No joke. Frech, ich hab ihn. Ich hab Joris. Ja, aber er spielt, Digga, komplett ekelhaft. No joke. Er hat tot, oder? Nein, ich hab, oh mein Gott, dieser Refill. Ich habe ihn, oh mein Gott, er hat noch so viel, er hat noch so viel Full-Inf gehabt, Digga. Der Refill, Digga, klapp ich mir. Was ist das für ein, was? Irgendwie Parasite ist so größer als Shit? Ah, warte, geht das? Loool, ich dachte, ich hab Kenga XD. Alter. Boah, Schnitzel. Ich hab jetzt probiert, alles zu besorgen. Wirklich, wie ihr hier sehen könnt, alles liegt schön auf dem Tisch. Und auch das Schnitzel. Gut und günstig? Ja, was, ich wollte... Was es für Menschen gibt, hätte ich nicht gedacht. Einen blinden Beklaune. Na ja, Leute. Was soll man dazu sagen? Bildere ich selber eure Meinung. Nee, Leon, eigentlich müsste es so heißen. Was es für Menschen gibt, hätte ich hier nicht gedacht. Ein Kritiker. Beklaune. Na ja, Leute. So ein Softbolzen wird zu mir gesagt, nee, nee, dann lass ich erst Freitag aufladen. Ja, und ich kann ja nichts dafür, wenn die das vorher machen. Ja, aber du weißt ja... Ich kann doch nicht den Bonus da zwei Tage auf Konto liegen lassen, wenn ich überall gesperrt bin. Normal will ich da mal den Automaten drehen und mal ein paar Geräusche. Ich hab's aber... Ich hab auch gedacht, ich mach jetzt nie wieder Leute Mod ohne... Nur weil sie aktiv sind. Das ist für mich kein Modpunkt mehr, wenn Leute aktiv sind. So gut wie heute wird's nie wieder. Alle wollen haben was wir haben. Doch haben kein Style wie wir und... Haben jetzt alle was zu sagen. Doch haben keinen Weib wie wir. Frisch vom Baba auf die Party, du wollst sie einmal quatschen. Nee, das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Wie viel Crap kann man im Info haben? No joke. GG, Alter. Puh, Alter. Puh.